Achtung! Der Inhalt der heutigen Folge könnte für zart beseitete Gemüter unter Umständen zu viel sein. Wir sprechen über Serienmörder und ihre schrecklichen Taten und tun dies, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Hiermit seid ihr gewarnt. Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien, sowie alles, was dein Nerd-Herz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian. Tag, liebe Nerds und Tag, Markus. Hallöchen, Tag Nerds, Tag Christian, Tag Welt. Ja, und Tag, liebe Freunde des gepflegten Schnetzelns und des True Crime. Ja, wie gerade gehört, werden wir heute über Serienmörder reden. Sowohl national als auch international. Ich habe mich dabei beschränkt auf nationale Serienmörder. Und der Markus hat einfach mal nachgeschaut, wie es international aussah, mit allerdings der Prämisse, jetzt nicht unbedingt nur in den USA zu bleiben, sondern auch mal generell in der Welt herumzuschauen, weil würde er in den USA hängen bleiben, dann hätte er wahrscheinlich viel zu viel Material gehabt, so erfahrungsgemäß. Aber ja, ich denke mal, der Markus hat da ein buntes Potpourri der Serienmörder herausgesucht. Jawohl, natürlich garniert für euch mit den feinsten Innereien. Herrlichst, herrlichst. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, wir haben uns das Ganze generell einfach so ein bisschen herausrecherchiert. Und wie der Disclaimer auch sagt, wir werden da kein Blatt vor den Mund nehmen. Also wer sich da getriggert fühlt, der möge bitte dann vielleicht skippen oder sich dann eine unserer anderen guten Folgen anhören. Ich muss gerade innerlich so lachen irgendwie, es trägt sich gerade so ein bisschen nach außen. Sorry, ich bin gerade so gestolpert, als du gesagt hast, wir haben das jetzt mal so ein bisschen rausrecherchiert. Ich habe es überlegt, ja gut, wie sollte unsere Vorarbeit, Vorbereitung sonst aussehen? Wir haben mal kurz selbst ein paar Serienmorde begangen, um euch das ein bisschen berichten zu können. Oh nein, nein, nein. Hier bitte Wilhelm-Schrei einfügen. Wer soll beginnen? Möchtest du beginnen? Soll ich beginnen? Ich fange mal an. Ich fange mal an. Und zwar fangen wir an, auch wenn wir nicht in den USA starten, in einem anderen englischsprachigen Zipfel dieser Erde. Südafrika. Fast. Wir begeben uns in die Vereinigten Königreiche von Großbritannien. United Kingdom of North America, not Spanian, but UK ist da. Spanian. Yes, Spanian. Alles klar. In Spanian isst man gerne Onion oder, ach, keine Ahnung. Egal. Wir befinden uns in der Zeit, ja, um 1972 bis 1998 ungefähr. Da hatte ich tatsächlich verschiedene Quellen gefunden. Also bis 1998 ist relativ eindeutig, weil dort wurde derjenige, ja, also dort sind die letzten dokumentierten Morde. So, wann das angefangen hat, war so ein bisschen schwammig. Das hat sich immer so um ein, zwei Jahre unterschieden in unterschiedlichen Quellen tatsächlich. Ich habe jetzt einfach mal den Mittelwert genommen. Also ich hatte sowohl 1971, 72 als auch 73 gefunden. Ich habe jetzt einfach mal 72 so genommen, um einfach eine Zahl stehen zu haben. Und zwar geht es um, und ich möchte unterstreichen, ich habe versucht, Serienmörder für euch herauszusuchen, die, wie gesagt, nicht nur in den USA bekannt sind. Und, ich sage mal so, Jeffrey Dahmer und sonstige Konsorten, die kennt man ja zur Genüge, nicht zuletzt durch Netflix und Film und Fernsehen. Sondern ich habe mal, oder ich bin bei den Namen hängen geblieben, die ich persönlich noch nie gehört habe. So, das war schon mal ein ganz guter Indikator, weil über die Medien kriegt man natürlich zumindest viele der großen bekannten Namen mit. Vielleicht sind das, also das sind grundsätzlich auch bekannte Serienmörder, so ist es nicht. Aber die jetzt vielleicht nicht so ganz in der breiten Masse bekannt sind. So zumindest die Hoffnung. Ich habe euch mitgebracht, also nicht physisch, sondern als Bericht darüber, Harold Shipman. Seines Zeichens existent von 1946 bis 2004. In Großbritannien, wie gesagt. Der war auch bekannt als Dr. Death, also Dr. Tod. Der wird verantwortlich gemacht für den Mord an 218 seiner Patienten. Wow. Zwischen den Jahren 1972 und 98, das heißt knapp 26 Jahre, 218 Opfer, für die er verantwortlich gemacht wird. In Wirklichkeit könnte allerdings die tatsächliche Zahl noch deutlich höher sein, natürlich. Bei ihm war so das Ding, dass er als praktizierender Arzt einen relativ einfachen Zugang erstmal zu Menschen hatte. Aber dementsprechend natürlich auch zu potenziellen Opfern. Das hat es ihm möglich gemacht, ein sehr produktiver Mörder zu sein, wie wir schon festgestellt haben. Erstmal ohne Verdacht zu erregen. Schlimme Dinge passieren halt auch. Und irgendwann sind die Leute halt ein bisschen skeptisch geworden, weil Shipman irgendwann dann auch mal in vielen Fällen involviert war, in denen Patienten starben. Und ja, sie begann dann irgendwann so ein bisschen Verdacht zu erregen. Und irgendwie haben sie vermutet, irgendwie steckt da was anderes dahinter. Und was halt ein bisschen komisch war bei ihm, die meisten seiner Opfer waren tatsächlich ältere Frauen, von denen er behauptete, dass sie im Schlaf gestorben seien. Was an sich jetzt gerade bei älteren Herrschaften natürlich nicht so ungewöhnlich ist. Aber viele dieser Frauen starben halt tagsüber, was einige als seltsam empfunden haben. Also mit ermitteltem Todeszeitpunkt quasi festgestellt, ja, einige oder viele davon tatsächlich tagsüber, was ja dann eher weniger für Schlaf spricht. So gut, bei älteren Herrschaften kann man jetzt sagen, ja gut, die schlafen mal ein bisschen öfter. Aber es hat zumindest schon mal dafür gesorgt, dass da mal die ein oder andere Augenbraue sich gehoben hat in der Umgebung dieses Arztes. Zusätzlich kam erschwerend hinzu, und da könnte man jetzt behaupten, auf der einen Seite vielleicht ganz intelligent, auf der anderen Seite auch ein bisschen verräterisch, dass dieser Harold Shipman, zu diesem Zeitpunkt natürlich noch als Arzt tätig gewesen, eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Einäscherungszertifikaten angefordert hat. Was dann auch die Aufmerksamkeit eines Bestatters erregte, wo die Aufmerksamkeit dann in die Richtung gelenkt wurde, dass er gesagt hat, merkwürdige Umstände der Einäscherungen. Irgendwie so, weil es ist irgendwie sehr viel und irgendwie passt das irgendwie alles nicht zusammen und mal gucken. 2000 wurde er dann tatsächlich verurteilt, allerdings erst nachdem die Tochter eines Opfers gemeldet hatte, dass er versucht hatte, ein Testament für das Opfer zu verfassen, in dem er selbst als Begünstigter genannt wurde. So nach dem Motto, oh, mein Herzensguter Arzt, ich vermache ihm mein Hab und Gut, weil er hat versucht, alles für mich zu tun, bla 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 bla. Das würde ich persönlich in dieser Story als größten Fehler betrachten. Da wollte er vielleicht irgendwann zu viel und er wurde dann eben verurteilt, beginn, begangen, bla 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 bla, kurz mal die Sprache ermordet. Er beging 2004 Selbstmord dann tatsächlich im Gefängnis und seine Verbrechen hatten dann aber doch irgendwie was Gutes tatsächlich. Man muss ja immer versuchen, so was Gutes dem Ganzen abzugewinnen, denn diese Verbrechen führten in Großbritannien zu weitreichenden Änderungen im Gesundheitssystem und auch den Kontrollmechanismen für Ärzte, um solche Zufälle, solche Vorfälle in Zukunft eben vermeiden zu können, möglichst. Von daher hat er das Ganze zumindest irgendwie langfristig gesehen irgendwie was Gutes, auch wenn natürlich viele Menschen ihr Leben gelassen haben. Aber das ist natürlich auch eine krasse Sache, finde ich. Also ein Arzt, der das Vertrauen der Patienten komplett bombardiert, indem er sie umbringt. Ich meine gut, danach hätten sie vom Vertrauen halt auch nichts mehr, aber so dieses Vertrauensverhältnis Arzt und Patient, dieses Ausgeliefertsein, gerade als älterer Mensch vielleicht noch, der sich auch gar nicht mehr so wehren kann und so weiter, das ist natürlich so eine ganz harte Nummer, die, ja, ich glaube auch bei einigen Leuten Ängste auslösen kann, wenn man hört, einen Arzt, der Menschen umbringt. Also wenn man irgendeinem fremden Menschen doch vertrauen können sollte, wäre es doch ein Arzt. Vor allen Dingen, wenn es ein Arzt ist, den man vielleicht selbst sich ausgesucht hat und nicht, weil man irgendwie durch einen Notfall an den Gerät irgendwie, einen Notfallchirurg oder irgendwie sowas, sondern vielleicht den Hausarzt, den Zahnarzt oder sonst irgendwas. Gibt es übrigens auch Horrorfilme zu, The Dentist. Kann ich nicht empfehlen. Also das ist ein Film, den man sich als Zahnarzt-Angstpatient definitiv nicht angucken sollte, weil danach ist Zahnarzt erledigt. Dahinter ist ein Haken dann gesetzt für immer, glaube ich, wenn man den Film gesehen hat. Aber so Vertrauensverhältnis Arzt-Patient, ganz schwierige Nummer. Und der hat es da definitiv auf die Spitze getrieben, glaube ich. Also Harold Chipman, 1946 bis 2004, Großbritannien. Ja, in eine ähnliche Kerbe werde ich später auch nochmal reinschlagen. Da hatten wir ja gerade nochmal drüber gesprochen. Allerdings möchte ich erstmal in deutschen Landen mit einer anderen Person starten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon mal seinen Namen gedroppt habe. Letztes Jahr im Schocktober. Aber ich finde seine Geschichte so ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen faszinierend. Und zwar rede ich vom Zeitraum der späten Zehner, frühen 1920er Jahre im Großraum Hannover. Dort wütete ein Mann mit Namen Fritz Hamann. Fritz Hamann muss man sagen, man hat die Idee gehabt, dass er wohl in seiner frühen Kindheit Opfer sexueller Gewalt war. Und man vermutet, dass das eine Erklärung für seine Taten waren. Weil, wenn ich jetzt gleich darauf eingehe, wie er seine Opfer hat. Es sollen wohl um die 24 jungen und jungen Männer zwischen 1918 und 1924 gewesen sein, die er ermordet hat. Und, ja, wie hat er das angestellt? Fritz Hamann hatte wohl eine, ich sag mal, gestörte Sexualität. Und hat sich diese jungen und jungen Männer nach Hause geholt. Und hat sich dann beim Akt wohl in ihren Kehlköpfen verbissen. Allesamt. Waren das dann Prostituierte oder hat er die, also, weil du sagst, so nach Hause geholt und im Akt? Klingt das so ein bisschen wie bestellte Liebe, sag ich mal. Ach so, nein, 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 nein. Also definitiv nicht bei den Kindern. Also von Jungen rede ich von Kindern. Ach so, ich dachte so junge Knaben im jungen Erwachsenenalter. Ach so, nein, nein, zwischen 10 und 22 waren seine Opfer. Und, ja, er hat sich in ihren Kehlköpfen verbissen, bis sie dann letztendlich erstickt sind. Hat die Leichen zerteilt und in der nahegelegenen Leine entweder entsorgt. Also einem Fluss. Das weiß ich, weil die Leine fließt auch durch Göttingen, mein Geburtsort. Ja, siehste, du hast an einem Leichenfluss gelebt. Bitte was? Ähm, allerdings hat, äh, oder haben Gerüchte darauf, äh, noch hingewiesen, ähm, dass er vermutlich nicht nur, äh, die Leichen in der Leine entsorgt hat, sondern, äh, die Leine mit den Leinen. Und, ähm, wenn man das jetzt so nennen will, ein Funfact, äh, daraus entstand so ein kleines Kinderlied, ein Kinderreim. jetzt muss ich kurz mal in meinem Gehirn rumkranen, dass ich das nochmal richtig zusammenkriege und zwar warte noch ein Weilchen warte noch ein Weilchen dann kommt Hamann auch zu dir mit dem Hackebeilchen mit dem Hackebeilchen macht er Leberwurst aus dir schön ich finde das auch so ein bisschen verstörend, dass das wirklich so ein Kinderreim war eine amerikanische Death Metal Band hat das auch aufgenommen und daraus auch noch ein Lied gemacht die Band nennt sich Macabre also auch sehr passend für dieses Genre die machen wirklich auch generell thematisch so Horror Metal, aber ich will jetzt nicht zu weit abschweifen Hamann wurde dann am 19. Dezember 1925 zum Tode 1924 zum Tode verurteilt und 1925 wurde im April dann die Tötung vollstreckt er wurde auch nur gefasst weil sein oder er ist wohl aus einer Wohnung ausgezogen und sein ehemaliger Vermieter hat wohl Blutflecken auf dem Boden gefunden und dementsprechend ist er dann gefasst worden und was noch bizarrer ist Fritz Hamann hatte wohl eine enge Beziehung zur Polizei und spielte für sie zeitweise sogar als Spitzel Tja Wofür weiß ich leider nicht das habe ich nicht herausgefunden aber er war wohl in engem Kontakt mit der Polizei und das finde ich echt auch bizarr aber heißt es nicht sei deinen Feinden näher als deinen Freunden ja ja das ist ja 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 da gibt es doch so einen Spruch ja das war die Geschichte von Fritz Hamann dem Metzger ja die Bestie von Hannover Gesundheit ja gut kann man mal machen würde ich sagen ja gut da schüttelt es einen doch ein bisschen da schüttelt es einen doch ein bisschen dann würde ich sagen springen wir aus Deutschland wieder heraus und machen einen kleinen Hüpfer in Richtung Russland wir beschäftigen uns nun mit Andrei Cicatillo oder so ähnlich wie auch immer man ihn ausspricht äh lebte von 1936 bis 1994 und dieser Andrei Cicatillo oder so war auch bekannt als der Rostov Ripper oder der Rote Ripper von Rostov ähm war ein sowjetischer Serienmörder der in den 1980er Jahren aktiv war und wurde wie gesagt im Oktober 36 geboren und sein Leben hat dann am 14. Februar 1994 ein Ende gefunden durch Hinrichtung Cicatillo zählt als einer der berüchtigsten Serienmörder in der Geschichte Russlands wohl und ich möchte als erstes mal auf seine Serienmorde an sich ein bisschen eingehen er wurde für die grausame Ermordung von mindestens 53 Menschen darunter auch Frauen und Kinder verantwortlich gemacht und die Morde haben sich über so einen Zeitraum von knapp zwölf Jahren erstreckt von circa 78 bis 1990 seine Opfer wurden in der Regel sexuell missbraucht und brutal getötet und seine Vorgehensweise und Motiv sah bei ihm im Prinzip so aus dass er angetrieben war von sexuellen Fantasien also ähnlich wie bei deinem sympathischen Herren von eben und diese sexuellen Fantasien waren zeitgleich noch verbunden mit Gewalt und Mord so ergibt sich dann schnell eine Summe in dieser Rechnung des Grauens er hat seine Opfer wohl oft mit Versprechen von Arbeit Geld oder Alkohol angelockt hat sie dann in eine abgelegene Ecke oder andere abgelegene Orte gebracht wo er sie dann ermordet und verstümmelt hat und wenn er gerade mal dabei war hat er dann wohl auch das Blut seiner Opfer hin und wieder mal getrunken das erstmal so dazu Chikatilo konnte tatsächlich lange Zeit unentdeckt bleiben wie gesagt so ein Zeitraum von zwölf Jahren aber 1990 geriet er dann irgendwie in Verdacht und wurde schließlich auch verhaftet die Beweise waren dann wohl schlagartig auch sehr erdrückend gegen ihn und er gestand schließlich dann irgendwann auch die Morde 1992 wurde er dann in einem spektakulären Prozess für schuldig befunden final und zum Tode verurteilt wie 14. Februar 1994 wurde er hingerichtet durch Erschießen also ein Erschießungskommando hat sich dieser Sache angenommen und sein Fall und damit natürlich auch seine Verbrechen haben nicht nur in Russland sondern auch weltweit großes Aufsehen erregt und zu Diskussionen über psychische Gesundheit Kriminalpsychologie und Strafrecht geführt also auch da vielleicht eine positive Entwicklung die daraus sprießen konnte wer weiß André Gigatilo bleibt irgendwie so ein bisschen so eine düstere Figur weil er so als Serienmörder wie viele andere Serienmörder auch immer so ein bisschen uneinsichtig gewesen ist tatsächlich wenig Reue gezeigt hat und man eben nie so den kompletten Einblick in diese ganze Geschichte bekommen hat und er ist seitdem auch ein wirkliches Beispiel für das Böse das in einigen Menschen existieren kann und ja seine Taten haben wohl tiefe Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Justiz in Russland hinterlassen laut einiger Artikel die ich zu ihm gefunden habe ja das war es mit unserem kleinen Ausflug nach Russland krass krass gut Russland könnte man sagen ist auch Teil meines nächsten Serienmörders und zwar sind wir im Harz nach dem Zweiten Weltkrieg direkt nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland war halt wie gesagt besetzt einmal von den Alliierten und einmal von der Sowjetarmee und ja Rudolf Pleil hat die meisten seiner Morde zwischen 1946 und 1947 verübt 10 Fälle konnten ihm nachgewiesen werden allerdings sprach er selber von 25 Morden Rudolf Pleil hat nach der Besatzung durch die sowjetische Armee angefangen als Hilfspolizist zu arbeiten zu dem Zeitpunkt war er dann um die 22 Jahre alt davor war er in einem Arbeitslager als Koch eingestellt und dort hat man schon wohl gesehen dass er so ein bisschen ich sag mal spezieller drauf war weil dort hat er die Katzen getötet und gegessen als er als Koch gearbeitet hat und ja nachdem er dann quasi als Hilfspolizist gearbeitet hat wurde es erstmal ein bisschen ruhiger um ihn und er hat geheiratet er hat ein Kind bekommen allerdings hat ihm das nicht wirklich ich sag mal befriedigt und er begann nachts Frauen zu überfallen und zu bedrängen er hat wohl zugegeben schon 1945 Morde begangen zu haben konnte ihm aber nicht nachgewiesen werden so und zwischen 1946 und 47 dadurch dass er direkt an der ich sag mal Ost-West-Grenze die damals noch provisorisch war gelebt hat hat er zahlenden Personen geholfen als sogenannter Grenzgänger diese illegal von Ost nach West passieren zu lassen meistens Frauen und in dieser Zeit erschlug und missbrauchte er dann zusammen mit zwei Komplizen mindestens zwölf Frauen netter Zeitgenosse netter Zeitgenosse also ich möchte mir nicht vorstellen man ist schon verzweifelt man versucht aus ich sag mal der sowjetischen Besatzungszone irgendwie rauszukommen als Frau sieht in ihm quasi einen Heizbringer ja und wird dann von ihm dezent mal bezahlt man damit im Leben und nicht nur mit Geld ja und am 18. April 1947 wurde Pleil nach dem Raubmord an dem Hamburger Kaufmann Hermann Bennen dessen Leiche von Axthieben zerstückelt im Zorgebach gefunden wurde verhaftet ja und am 17. November 1950 wurden die drei Männer also Pleil plus seine beiden Komplizen des mehrfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und schlussendlich 1958 hat sich Pleil im Alter von 34 Jahren selbst erhangen in seiner Zelle ja hätte er vielleicht mal ein paar Tage früher machen können ja durchaus ja gut ja hast aber auch ein paar nette Zeitgenossen rausgesucht ehrlich ja wird noch besser toll das ist ja schön da freuen wir uns doch drauf da freuen wir uns doch drauf also ich kann schon mal so viel spoilern der nächste hat einen sehr netten ich sag mal Spitznamen okay da bin ich mal sehr gespannt jetzt begeben wir uns tatsächlich bei mir aber mal in die USA also einen Eintrag in den USA bringe ich doch noch auf jeden Fall mit und zwar möchte ich mit euch sprechen über Joseph James D'Angelo geboren 1945 und verstorben meines Wissens nach noch nicht in und aus den USA und bei ihm ist das Spannende denn obwohl seine Verbrechen bereits vor Jahrzehnten stattgefunden haben und zwar zwischen 1974 und 1986 wurde er tatsächlich erst identifiziert und als der sogenannte Golden State Killer bekannt als DNA Beweise von einem seiner Verbrechen verwendet wurden um sie mit einem nahen Verwandten von D'Angelo abzugleichen was zu seiner Identifikation und Verhaftung führte also hier mal so ein klassisches Beispiel wie obwohl er selbst gar nicht verdächtigt wurde für irgendwas über die DNA Proben und so weiter dann so ein Schluss gezogen werden konnte und dann tatsächlich doch noch jemand überführt werden konnte D'Angelo hatte drei separate Verbrechenswellen hat in diesen mindestens 13 Menschen getötet mehr als 50 vergewaltigt und dabei auch noch weit über 100 Einbrüche begangen also eine ganz wilde Mischung hängt natürlich alles zusammen und einer der Gründe tatsächlich und das deckt sich so ein bisschen mit einer Sache über die wir bereits gesprochen haben in jetzt muss ich kurz überlegen war es gerade in einer der letzten Folgen oder das ist eben gerade schon gesagt und zwar war er ein ehemaliger Polizist das habe ich gerade der Hilfspolizist genau der Rudolf Pley das ist manchmal das wenn du zwei Folgen direkt hintereinander aufnimmst die thematisch in eine ähnliche Richtung gehen verschwimmt das manchmal ein bisschen genau also er war ein ehemaliger Polizist und das ist natürlich auch hier wieder so ein Game Changer als Täter wenn du gewisse Dinge einfach weißt gewisse Dinge anders tun kannst als es ein Otto Normalbürger tun würde und so konnte eben sowohl der Identifikation und auch seiner Festnahme entgehen denn seine Ausbildung half ihm natürlich dabei das da besteht denke ich mal kein Zweifel zum einen die Verbrechen zu planen zu organisieren natürlich auch auszuführen durch eine gewisse Ausbildung zwar nicht als Verbrecher aber im tatkräftigen Verbrechens Genre sage ich mal zwar als Bekämpfer aber wenn man weiß wie man etwas bekämpft weiß man natürlich auch wie man das ausführt logischerweise und natürlich war er dadurch auch sehr geschult darin physische Beweise zu minimieren also weniger physische Beweise zu hinterlassen also weniger Sachen die auf ihn Rückschlüsse erlauben und tatsächlich ist bekannt und da wird es ein bisschen speziell deswegen habe ich mir ihn rausgesucht weil er eine sehr ja ich möchte nicht sagen einzigartig aber eine sehr spezielle Vorgehensweise hatte die auch sehr ja die die treibt mir schon so ein bisschen Gänsehaut über den Körper denn es ist tatsächlich bekannt dass er einige seiner Opfer Monate bereits vor dem Angriff anrief um natürlich auch ihre Routinen kennenzulernen sein eigenes Verbrechen dadurch logischerweise effektiver planen zu können klar aber und jetzt wird spooky so kommen wir dann auf die auf die hohe Einbruchszahl in einigen Fällen brach er vorab vorab wohlgemerkt in die Häuser seiner Opfer ein um Türen und Fenster zu entriegeln Gegenstände im Haus zu hinterlassen wie Seile und andere Dinge krass mit denen er bei seiner Rückkehr dann die Opfer fesseln konnte das heißt er konnte leicht gepackt kommen weil er hatte quasi dann teilweise die Sachen einfach schon da gelagert ja und und das ist tatsächlich einer der verstörendsten Aspekte von D'Angelos Verbrechen ist er hat seine Opfer oft schikaniert der hat stundenlang in deren Häusern rumgehangen also ne schon in deren Anwesenheit hat sie durchwühlt die Lebensmittel gegessen gedroht die Familien zu töten also kompletter Psychoterror und in einigen Fällen zielte er dann auch ganz explizit auf Paare ab die er erstmal trennte wenn du das Handy so hältst fühle ich mich als wenn du mich filmst achso nein nein Alter also diese Paare auf die er abgezielt hat hat er dann eben auch getrennt dann zwang er manchmal wohl das weibliche Opfer das männliche Opfer zu fesseln und hat dann irgendwie so Teller oder irgendwas wohl auf den Rücken des Opfers gelegt damit er hören konnte wenn der versucht hat sich zu bewegen der Typ so und währenddessen hat er dann einfach das weibliche Opfer in einem anderen Raum vergewaltigt krass so also das ist schon krank muss man sein genau jetzt denkt man sich damit hat Joseph James D'Angelo schon die Spitze des Makaberen getroffen aber nein es ging noch weiter tatsächlich D'Angelo war tatsächlich bekannt dafür in einigen dieser Fälle sich im Haus zu verstecken nach dieser ganzen Tortur und sie glauben zu lassen er sei bereits gegangen das heißt er hat so getan als wäre er weg hat er einfach mal so zwei drei Stündchen noch rumgehangen in seinem Versteck oder so wie auch immer nur um die in Sicherheit zu wiegen und dann nochmal aus dem Dunkeln raus zu springen und die zu attackieren und das dann zu finishen ist das hart ich glaube schon und dann wie viele andere Serienmörder auch hat er sich natürlich hin und wieder auch mal Souvenir seiner Verbrechen mitgenommen so als Trophäen ist ja oft so ein Ding bei Serienmördern um sich so ein bisschen natürlich mit der Tat vor sich selbst zu brüsten und sich dran erinnern zu können Vergewaltiger in der Geschichte der USA und seine Verhaftung und auch spätere Verurteilung waren Meilensteine in der Kriminalgeschichte und haben auch die Bedeutung von DNA Beweisen bei der Lösung von Cold Cases also stillgelegten Fällen unterstrichen nochmal wie gesagt er wurde mehr als vier Jahrzehnte nach Beginn seiner Mord- und Vergewaltigung Serie erst gestellt aufgrund eben dieser DNA Beweise das zeigt wie wichtig das sein kann diese DNA Beweise eben zu haben und er wurde in Kalifornien dann zu lebenslanger Haft verurteilt und ein Gericht in der kalifornischen Hauptstadt Sacramento hat entschieden dass der ehemalige Polizist wie gesagt auch als Golden State Killer bekannt keinen Anspruch auf eine mögliche Bewährungsstrafe habe er selbst hatte sich übrigens Ende Juni 2020 als schuldig bekannt für 13 Morde und Dutzende Vergewaltigungen und im April 2018 war er festgenommen worden also knapp zwei Jahre vorher dort hat er übrigens scheinbar über einen längeren Zeitraum ganz unauffällig bei bei einer seiner drei Töchter gelebt ja das war doch mal eine Hausnummer oder ich finde das erschreckend dass der Typ sich sogar fortgepflanzt hat aber gut ich mich würde mal interessieren ob seine Frau da irgendwie auch eingeweiht war in seine Tätigkeiten ich schätze mal er nicht oder ob sie vielleicht freiwillig seine Frau überhaupt war und keine Ahnung also das zeugt von einem ganz weirden Menschen ist auf jeden Fall ja einer der krassesten Fälle wohl in den USA mich hat es tatsächlich gewundert dafür dass der ziemlich bekannt zu sein scheint habe ich noch nie davon gehört vielleicht irgendwelche medialen Produkte die daraus entstanden sind aber der Name war mir tatsächlich gar nicht bekannt aber es ist tatsächlich krass dass rund 40 Jahre nach Beginn seiner Serie da noch mit DNA beweisen quasi das nachvollzogen werden konnte das finde ich schon krass und jetzt stellt man sich mal vor was in Zeiten passiert ist wo es diese ganze DNA und Forensik Geschichte noch nicht gegeben hat ja schon man kann schon froh sein dass es sich in diese Richtung zum Glück entwickelt hat dass man auch mit alten Spuren noch Serienmörder oder generell Mörder fangen kann Verbrecher allgemein ja auch Verbrecher allgemein genau ja wer ist der dritte Sympath in deiner Liste der dritte Sympath hört auf den Namen Adolf Seefeld jetzt hast du mich mit dem Nachnamen ein bisschen enttäuscht ja aber so ganz weit hergeholt ist das auch nicht weil wir uns zeitlich im Jahre 1933 bis 35 bewegen und der Spitzname den Adolf Seefeld bekommen hat war Onkel Tick-Tack Onkel Tick-Tack alles klar ja klingt netter als er war ja ok warum er Onkel Tick-Tack genannt wurde hat zwei Bewandnisse der erste ist sehr offensichtlich vermutlich ich würde mal sagen es geht um eine Uhr um Zeit er ist Uhrmacher ok alles klar ding 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 ja und Adolf Seefeld ist in die Geschichte schlimmer Serie Mörder Deutschlands eingegangen weil er zwischen 1933 und 1935 19 Jungen im Bereich Mecklenburg Vorpommern missbraucht und ermordet hat was die Jungen alle gemein hatten war dass die wohl so irgendwelche modischen Matrosenanzüge getragen haben und allesamt keine Anzeichen äußerlicher Gewaltanwendung hatten also man hat sie wirklich friedlich schlafend sozusagen aufgefunden natürlich waren sie tot aber es sah nicht aus als wäre es ein Mord gewesen sondern sie haben einfach geschlummert ne und jetzt teilen sich quasi die 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 Hinweise beziehungsweise die Vermutungen wie Adolf Seefeld die Jungen getötet haben soll eine Theorie geht von einem selbst hergestellten Gift aus allerdings hat Hans Pfeiffer der wohl ein recht bekannter Autor für authentische Kriminalfälle ist wohl ein bisschen recherchiert und deswegen die zweite Bewandnis warum er Onkel Tick-Tack genannt wurde er hat wohl seine Opfer unter Hypnose gelegt what ja er hat seine Opfer wohl hypnotisiert sich dann sexuell an ihnen vergangen vermutlich oral sogar so ist hier stand wie hat er sie dann hypnotisiert so nach Motto sechs Zentimeter sind hier mehr als genug alter er hat er hat wahrscheinlich so klassisch die Uhr benutzt du konzentrierst dich auf die Uhr und so weiter ok ja hat sich wie gesagt unter Hypnose sich sexuell an ihnen begangen und sie dann einfach im Wald liegen lassen und die Hypnose nicht gelöst wobei sie dann irgendwann an Unterkühlung gestorben sind und das hat er wohl dann in Kauf genommen ja und Hintergrund war wohl auch warum er so wurde einerseits im Alter von zwölf soll er wohl von zwei Männern missbraucht werden worden sein worden sein genau gebraucht werden ich hab grad kurz überlegt war das ein Plan nein er ist mit zwölf von zwei Männern missbraucht worden und er saß wohl bereits mit 25 Jahren erstmals wegen sexueller Belästigung eines Jungen im Gefängnis Psychiater schrieben ihm wohl Schwachsinnigkeit zu weswegen er schon oder weswegen er den größten Teil seines Lebens wohl in Gefängnissen und Irrenanstalten verbracht hat so der Klassiker unzurechnungsfähig ja genau und es konnten ihm wohl nur wenige Morde eben diese 19 wirklich fest zugewiesen werden aber Gerüchte besagen dass er wohl über 100 Tote auf seinem Kerbholz hat oder hatte weil Seefeld 1936 in Schwerin infolgedessen hingerichtet wurde ja zu Recht möchte ich mal behaupten genau zu dem Zeitpunkt war er schon 66 Jahre alt und ja ich finde das schon schon krass wenn man sich vorstellt den Großteil seines Lebens irgendwie in Irrenanstalten und Gefängnissen verbracht zu haben würde ich mir eigentlich gar nicht vorstellen ja ich glaube irgendwann bist du dann auch an dem Punkt dass du aus diesem aus diesem Leben gar nicht mehr rauskommen kannst also das das Gefängnissystem zielt ja weitestgehend auf Rehabilitation ab ich hasse dieses Wort aber irgendwann bist du ja an dem Punkt wo du auch gar keine Connection mehr zu dieser normalen Welt hast sag ich mal du lebst in deiner eigenen Welt sozusagen und in dieser Welt sag ich mal geht es dir gut und ja auch wenn es ich sag mal nicht sozial verträglich ist das ist wohl richtig wenn du zusätzlich zum Podcast auch gerne mal nerdige Video-Inhalte verschlingst schau gerne mal auf unserem YouTube-Kanal oder auch bei TikTok vorbei Links zu den Profilen findest du wie immer auf mindcast-podcast.de So kommen wir zu Numero 4 Ja Wo geht es denn diesmal hin? Rate doch mal Ich habe es hier vorab geschrieben mal gucken ob du es noch weißt das Land Ne ich weiß es nicht mehr Wir besuchen das Land der der Baguettes Okay Wir begeben uns nach Frankreich Wo wir bei Ural waren Was schätzt du denn zeitlich? Wo befinden wir uns zeitlich? Frankreich Ende 19. Jahrhundert so 1800 Nicht ganz Wir befinden uns im Leben des Gilles de Rey Irgendwie so müsste er ausgesprochen werden Gilles de Rey oder so Gilles de Reis geschrieben Gilles de Rey Keine Ahnung Gilles de Rey Irgendwie so 1404 bis 1440 habe ich mir mal rausgesucht weil ich das zeitlich sehr interessant fand mal einen Sprung in eine andere Zeit zu machen und ist auch gar nicht so ausführlich ist mir jetzt mehr so ein kurzer vorgetragener Abschnitt eigentlich auch nur weil ich da tatsächlich nicht so viel zu gefunden habe fand das aber eigentlich auch schon aussagekräftig genug fand jetzt hauptsächlich diesen zeitlichen Aspekt mal ganz interessant mal etwas aus einer ganz anderen Zeit Epoche zu hören weil die meisten Serienmörder Sachen und so weiter sind mir eigentlich nur so bekannt so 1800 plus so in dem Bereich von daher war das mal ganz spannend und zwar Gilles de Rey war ein wohlhabender Ritter und Herr wohl auch ein Anführer in der französischen Armee zu seiner Zeit und ein Kampfgefährte von Jeanne d'Arc so sagte der Artikel und er war auch ein völlig geistesgestörter Serienmörder sonst wäre er auch nicht Teil dieser Liste durchaus also zumindest das sollte jetzt niemanden überrascht haben ich denke auch und zwischen 1432 und 1433 soll Gilles mindestens 40 Kinder Achtung Triggerwarnung vergewaltigt und anschließend ermordet haben also mindestens 40 Kinder wow krass vergewaltigt und anschließend ermordet oder wie es Edelleute halt so tun den Mord angeordnet haben man will sich ja auch nicht immer die Finger schmutzig machen im Jahr 1437 wurden dann auf seinem Anwesen zahlreichen nackte Jungenleichen gefunden und in einer Biografie über DeRay von also aus dem Jahr 1971 wird wohl beschrieben wie der Ritter die Jungen dann auch in den Tod lockte das kann man sich in die damalige Zeit versetzt vielleicht auch ganz gut vorstellen das werden wahrscheinlich auch nicht andere Edelleute gewesen seien diese Jungs sondern eher so das gemeine Volk und zwar kleidete er sich schick ein versorgte sie mit einer großen Mahlzeit hat sie dann mit reichlich Wein noch abgefüllt was sie natürlich dann komplett gefügig gemacht hat irgendwie also kleine Jungs werden Wein nicht gut vertragen haben schätze ich mal ja und schließlich so heißt es dann in der Biografie konfrontierte er jeden Jungen mit der wahren Natur seiner Situation und ermordete so also da machen wir jetzt mal so einen kleinen Ausflug wie gesagt in das dunkle Mittelalter wieder in düstere Zeiten zurück in die Zeiten vor Forensik und so weiter in wirklich grausame Zeiten mit wenig Angst vor direkter Strafverfolgung auch hier finde ich es tatsächlich ganz spannend dass das jemand auch mal gewesen ist scheinbar der sowas ja also gut wer hat das schon nötig aber der das aufgrund seines Standes eigentlich nicht nötig gehabt hätte der dürfte ja so gut wie alles gehabt haben was er so zum Leben brauchte er dürfte ein relativ angenehmes Leben geführt haben schätze ich mal für die damalige Zeit zumindest und ja vielleicht ist das aber auch so der Ausschlag gewesen ich wollte gerade sagen vielleicht war es profan einfach nur Langeweile und ja also das ist so eine Sache wenig Angst vor direkter Strafverfolgung zu haben also das kann ich mir schon so vorstellen in den damaligen Zeiten solange dich nicht jemand explizit angeschuldigt hat wer sollte dir auf die Schliche kommen wenn du nicht dabei ertappt worden bist oder wenn du auf deinem Anwesen halt zig Kinderleichen versteckst gut wenn die gefunden werden ist vielleicht auch ein bisschen schwer zu erklären aber so im Groben und Ganzen waren das ja Zeiten wenn du nicht ertappt worden bist oder dich nicht jemand sehr verdächtig beschuldigt hat irgendwie ja also da hätte ja nie jemand nach dir gesucht so also wenn du völlig ungesehen jemanden tötest weiterziehst also wer soll dich finden also wo also du hinterlässt ja auch keine Spur in dem Sinne also klar du kannst ins nächste Dorf gehen sagen hier hast einen großen Mann gesehen mit einem roten Bart und zwei Narben auf der Seite oder irgendwie sowas und dich dann quasi so durchfragen aber außerhalb davon keine Chance irgendwen zu finden so weißt du also wenn du keinen expliziten Anhaltspunkt hast und ja auch da wieder so DNA sind halt also oder DNS ist es ja im deutschen man tendiert irgendwie immer so dazu DNA zu sagen ja ich bin auch immer ja dazu verleitet DNA zu sagen statt DNS ist ja dasselbe aber DNS ist ja das deutsche das Oxyribonucleinsäure genau ja also ich finde es krass also ich weiß gar nicht was ich so so erschreckend daran finde also dass es in diesen Zeiten sehr merkwürdige Dinge gegeben hat gerade so vor der ich sag mal vollumfänglichen Strafverfolgung würde ich es jetzt mal nennen dass da viel weirder Shit passiert ist und viel Selbstjustiz und Morde und keine Ahnung was passiert sind da müssen wir glaube ich nicht drüber sprechen und wo der gesellschaftliche Kodex vielleicht auch noch ein bisschen ein anderer war aber und das Machtgefälle vor allen Dingen auch noch ein bisschen krasser vielleicht war ja ich finde es spannend dass da mal so was aus dieser Zeit kam irgendwie deswegen hatte ich mir das ja auch rausgepickt und ja man stellt sich das irgendwie so ein bisschen vor so dieses ritterliche Mittelalter und pipapo und so weiter hat man immer so sein gewisses Bild vor aber diese diese wirklich dunklen und düsteren Seiten die ja kriegt man ja eher selten präsentiert so ne also es sei denn du guckst jetzt explizit eine Doku da drüber oder ja aber selbst so in Serien und Filmen und so weiter ist diese düstere Seite gar nicht so präsent also mehr so als Stilmittel um das so ein bisschen zu zeigen aber es steht selten so wirklich im Vordergrund also so dass es wirklich mal nur um das düstere Dreckige geht also oft hast du ja tatsächlich immer noch so dieses heroische König Königin Prinzen Prinzessinnen die edlen Ritter die die das romantisierte Mittelalter genau ja so könnte man es denke ich auch nennen und ja deswegen war das ganz spannend da mal sowas zu lesen über diesen Gilles de Rey und fand ich irgendwie ganz spannend also war jetzt nicht so ausführlich wie die anderen Sachen aber fand ich irgendwie ganz interessant warum ist das so dumm und packt diese ganzen Leichen auf sein eigenes Anwesen irgendwie so weiter also der hätte ja locker jemanden bezahlen können der die Leichen sonst wohin schafft und dann jemanden anders bezahlen der den der die wegschafft umbringt oder so also es wäre ja easy eben also wäre ja easy machbar gewesen aber vielleicht war das seine Form von Trophäen irgendwie die Leichen aufzubewahren oder so keine Ahnung das hatten wir ja auch gerade schon angesprochen eben das mit diesen Trophäen also auf jeden Fall ziemlich weirder shit wieder und ich bin jetzt sehr 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 gespannt lieber Christian was du uns noch für eine Monstrosität jetzt zum Abschluss der Folge präsentierst ja und zwar habe ich mir ihn so ein bisschen für den Schluss aufgehoben in Anführungsstrichen weil seine Verurteilung gar nicht mal so lange zurückliegt und zwar acht Jahre 2015 wurde Nils Högl verurteilt nachgewiesen wurden ihm bis zu 41 Morde allerdings werden noch mehr als oder bis zu 200 Todesfälle immer noch nachträglich untersucht Nils Högl ist da als der Todesengel in ich sag mal in die Geschichte eingegangen in die Reihe der Serien Mörder und ja viele von uns haben das wahrscheinlich auch in den Nachrichten mitbekommen Nils Högl ist ein ehemaliger Krankenpfleger der ja jedes Mal oder dort wo er gearbeitet hat kam es oftmals unter seinen Patienten ähm zu ich sag mal gefährlichen Situationen bis hin zu vermehrten Toten und ähm ja angefangen hat das ganz oder hat er damals im Wilhard Hospital in Wilhelmshaven ähm ist dann 1999 an das Klinikum Oldenburg gewechselt und ähm ja der äh ähm Chefarzt hat ihn ähm drei Jahre später ähm dazu gedrängt zu kündigen nachdem äh mehrere von ihm betreute Patienten aus damals noch ungeklärten Gründen in Lebensgefahr schwebten also da ist wohl ähm noch keiner verstorben also geht es ja mehr so um äh du solltest lieber kündigen weil du arbeitest sehr sehr schlecht wenn es äh dem Patienten hier so schlecht geht genau ne also das war dann äh mehr so ähm irgendwas machst du falsch äh ne du bist eine Gefahr für deine Patienten äh sieh zu dass du kündigst ne ja und ähm dann ist er ins äh Klinikum Delmenhorst gewechselt und ähm dort ist er äh hat er bis 2005 gearbeitet und auch während seiner Zeit ähm in Delmenhorst kam es zu rätselhaften Not- und Todesfällen meist wegen Herzrhythmusstörungen und Blutdruckabfall oh nein oh jetzt komm nicht mit Herzrhythmusstörungen ich hab dir doch in der letzten Folge erst erzählt dass ich beim Arzt war wegen meinem Herzen übrigens Triggerwarnung Herzrhythmusstörung dumm 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 genau ähm ja und äh was ich so ein bisschen erschreckend finde es hat drei Jahre gedauert ne drei Jahre wieder ähm dass sich irgendwie keiner äh äh wirklich früher irgendwie gewundert hat dass es zu vermehrten äh Problematiken eben mit diesem Nils Högel kam ähm ja und dann hat es äh bis zum Mai 2005 gedauert bis Nils Högel auf frischer Tat ertappt wurde als er vorsätzlich die Spritzenpumpe eines Patienten manipulierte und diesem ohne medizinische Indikation das Anti Arrhythmikum äh Gelurythmal verabreichte Gesundheit ja ne das das war jetzt äh ein bisschen fies ne zwei ganz äh gemeine Worte hintereinander ähm ja er hat ihm äh dieses äh Anti-Arythmikum äh verabreicht ja und äh wurde dementsprechend dann äh vom Krankenhaus angezeigt äh wurde äh des Mordes von äh 41 Fällen nachgewiesenen Fällen äh zu mehrfach lebenslange Haft verurteilt und äh ja ist äh seit 2015 im Gefängnis Tja Pech gehabt würde ich sagen äh zurecht Hintergittern und äh ich nehme mal an da ist geplant dass der auch noch ein paar Jahre da bleibt Hoffnungsfroh ja ich wollte gerade kurz nach Todesstrafe fragen aber ich habe vergessen dass du da ja deutsche Einträge mitgebracht hast die gibt es ja hier nicht ja ja wobei äh zwei von denen ne die ersten drei wurden alle äh hingerichtet aber das ja das waren ganz andere Zeiten genau andere Zeiten andere Titten was aber das ist auch wieder ne dieses ähm dieses erschreckende jemand der dir eigentlich helfen soll äh ist deine größte Lebensgefahr ne genau wie der Arzt den du äh gerade noch beschrieben hattest Dr. Death genau Dr. Death ne das hattest du ja da schon gesagt ne du hast auch noch was ähnliches parat ähm und ja du hast nicht enttäuscht äh Nils Högl hieß er glaube ich jetzt Nils Nils auf jeden Fall Högl oder Bögel Högl Högl ja Nils Högl äh dummer Assi um es mal nett auszudrücken genau äh möge er äh in der Hölle äh in der Hölle in der Hölle doch in der Hölle schmoren ne äh da nie wieder rauskommen äh auch wenn ich äh nicht so wirklich glaube ich bin aber ich hoffe für ihn gibt es eine Hölle ja möge er innerlich verrotten äh sich selbst hochwürgen und sich selbst an sich selbst verfüttert kriegen herrlichst ja das hast du sehr sympathisch ausgedrückt das würde ich dir auch mal sagen ja ne so damit sind wir dann auch äh beim Ende der Folge angekommen ähm ich würde jetzt nicht sagen ich hoffe ihr hattet Spaß aber ich hoffe es war für euch auch mal interessant ähm in die Welt der Serienkiller einzutauchen und ähm ähm ich ich finde es halt immer wieder erschreckend und äh ja wie wie kreativ in Anführungsstrichen so Serienmörder sein können ne in der Ausübung ihrer Taten ja ich hoffe ihr habt gut zugehört und überdenkt vielleicht noch mal die Wahl eures Arztes und in diesem Sinne lieber Christian lebt lang und hoffnungsfroh in Frieden muhahaha the mindcast is here to save your day games movies and more for geeks and nerds your favorite podcast ever the mindstalker is on his way the mindcast is here to save the day the mindstalker is on his way talking about things the mindcast way you Untertitelung des ZDF, 2020